und die häuser bezogen sind dann schaue ich nach dem essen das lager steht ja hier ok windbrät hat er, Pfirsiche hat er, Kastanien hat er, Pfirsiche, Hohnen, gib mir mal 2000 Bären 2040 Kaufen wir jetzt dazu die essen die doch auch, nett dass die nur für weiterverarbeitung sind oder so da haben wir den Salat schon, hier guckte mal keine Arbeiter das sind die alten generationen die uns hier weg stirbt jetzt geboren 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 das ist natürlich auch ein feder was dann passieren kann und dann rafft es uns da dahin ist denn jetzt der zaun hier zu ende kann dann auch böse in die Hose gehen Tür ist drin, danke die Tür ist drin, kann ich dann jetzt hier, das dürfte da lang gehen, ne das dürfte da lang gehen, äh komm mal nicht, ok das macht ja nix das muss dann immer mal hier noch wieder schöner wohnen, mit wem auch immer ne so ne ne na geh weg da ist ja eine straße dazwischen da brauche ich ja das so dann geh das da runter, hier ist halt der stein weil das ist ja der steinfriedhof ja da machen wir aber auch keine straße hin äh keine, keine, keine Tür was ist jetzt hier wegen dem Haus der Sache da machen wir es halt so, da kannst du deinen Gaul anbinden so dann gibt es nicht ein Eckstück äh ein Endstück ne 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 ja tu halt dein Gaul da anbinden ja oh ja, da müssen wir da keine Krankheit kein Essensding sondern das sind die alten Menschen die da wegsterben ja hohes alter hohes oh, 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 oh da muss ich jetzt aufpassen wow, man ist schon einer zu wenig ok, dann jetzt äh stein acht raus vierte da muss ich jetzt wirklich aufpassen und das sogar ein Lehrer zu wenig das darf nicht sein aber halt nur noch zwei da drin aufpassen aufpassen Jäger zu hier alles grün oh ne Lieferant äh, die sind zum Verteilen ja gut, das lass ich jetzt auch mal Minenarbeiter sind auch weniger als normal naja ja, ja Studente sowas kann dann auch böse in die Hose gehen sowas kann dann auch böse in die Hose gehen wenn so eine ältere Generation weg stirbt jetzt laufen die denn natürlich unheimlich weit in die Kirche äh, in, äh, in die Schule soll ich denn hier unten wollen wir jetzt Nomaden ok, ich sag jetzt mal wenn es nicht zu viele sind 53 Nomaden ja gut, aber es sind ja auch wisst ihr was die nehmen wir jetzt jetzt kleiden die sich ein und dann solltet ihr und dann solltet ihr auch mal hier da guckt mal was die sich alles gegriffen haben hier ein sehr gutes Essen ja, das solltet ihr mit dem Haus gleich gehen ähm, dann tue ich die jetzt aber auch gleich mal bitte die können Stein kloppen dafür sind sie gut äh, und Minenarbeiter und das wird aufgefüllt ok damit die Produktion wieder funktioniert aber hatte ich nicht auch zwei von denen wie viel passt denn hier überhaupt rein das sollte, das sollte funktionieren aber hatte ich zwei von diesen, für die, für die, für die Nomaden ähm äh lassen wir mal gucken welches von diesen Dingern ist denn das hier was ist das aber auch das ist unsere Burg die soll, äh, irgendwann bauen ähm Gott, hey, das? ne hier ist das doch da ist es doch ja das kriegen die aber unter ach das kriegen die aber unter acht ohne jetzt nur noch das passt oder? ja, brauchen wir nicht das nimmt doch wenn ich das richtig sehe nimmt das hier recht viele auf essenstechnik konnten wir es auch ab ab fangen werkzeuge, ok ach schade hey Doktor hey Doktor die Pille ist voll das ist ok hier ist Krankenhaus sollte funktionieren ich glaube jetzt nicht dass da so viele wegsterben da haben wir schon kein es sind schon keine Arbeiter mehr da, ne? wow dann nehme ich mal wieder von den Steinen Heinis hier welche weg 다 alles holt alles alles holt alles alles und das bei so viel nomaden die da aufgenommen wurden das auch der hammer dann lasst mal hier gucken wohin waren es 178 für mich jetzt sinds nur noch 132 bei 146 häusern ist natürlich ist natürlich ne hier sieht eigentlich alles okay aus soweit danke fürs gespräch jetzt sind mehr häuser da ich baue die auch mal hier fertig ach so das klingt ja so nicht so wie bei city skylines da geht es nicht wegen rot geht es ok kann die da dran setzen so arbeiter bitte eine halt nur jetzt mal fischer sind schon wieder zu wenig wieso ist denn jetzt eigentlich der steinbruch in betrieb ich habe doch keinen stein verbraucht eben für was wurde denn jetzt stein verbraucht das sind doch holzhäuser da oder ach so ja klar die brauchen ja ok ok ich mach dann hier nochmal da geht es ja nicht hier wurden die besserverdiener hier geht es aber das ist ein besserverdiener da kommt stein hin da kann der steinbruch auch noch was schaffen wir brauchen kinders wir brauchen kinders essen sieht gut aus essen sieht gut aus hier das ist da ist platz platz das dürfte voll sein ja wie sieht es denn bei dir aus ok hier alles klar so unsere obstplantagen haben wieder recht viel neue bäume bekommen das freut mich hier ist der zaun alles klar da können sie noch durch da sind das wir in den häusern das passt da kommt schon wieder ein händler hier dürfte alles voll sein ähm du und der hat nicht wirklich viel ne der hat nicht wirklich viel lust da wird ja immer weniger hier und der hat nicht mehr die 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 Eingeschult, 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 eingeschult. Sehr schön. Immer schön rummachen. Immer schön Sachen machen. Da hätte ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Was ist denn hier eigentlich los? Überhaupt nicht dran gedacht, wenn die ältere Generation wegstirbt. Aber so holt sie glaube ich jetzt. Erwachsen geworden. Okay. Könnt ihr mir das hier bitte fertig machen noch? Damit ich das mal sehe. Hier ist übrigens das andere. Das ist das. Und das ist. Huh. Na das will ich nicht. Wir hatten doch hier zwei von den Dingern. Die Burg ist natürlich wahnsinnig viel. Das ist die Creamery. Zu bauen. Du brauchst so viel Stein. Für das Teil. Das ab nochmal. Ne. So. Bauen wir fertig bitte. Komm. Hau da nochmal drauf rum. Jetzt. Achtung. Zack. Das ist natürlich bedeckt. Bedeckt. Das war das Rote. Na gut. Hier wird ja. Hier wird bunt geschafft. Ah. Gibt es bunte Häuserchens. Ja. Das bitte auch fertig bauen. Es werden trotzdem noch immer weniger, ja. Aber das hat sich wieder einigermaßen erholt. Weißt du wie? Was? Wir haben hier 123 Mäntel. Also bitte. Bühner. Bauen wir nicht. Habe ich ihn nicht weggeschickt? Ah. Was ist denn hier los? Ähm. Warte mal. Warte mal. Hau mal die Hütten da rein, bitte. Hau mal.